guten tag meine damen und herren und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe unserer sommerinterviews bei dpt tv mit diesen interviews schauen wir noch einmal zurück auf den 29 deutschen präventionstag in cottbus schossebus im land brandenburg im juni diesen jahres und tun dies mit interviews von expertinnen und experten die wir dort vor ort aufgenommen haben heute bringen wir ein interview mit unserer präventionsrednerin des laufenden jahres 2024 frau professorin barbara krahe sie hat als sozialpsychologin uns eine menge mitgeteilt wie die zusammenhänge sind was wir wissen über gewalt und was wir präventiv tun können hören sie nun hier ihr interview frau professor dr krahe welche aktuellen erkenntnisse aus der sozialpsychologie gibt es zu den ursachen von aggressivem verhalten ja die sozialpsychologie beschäftigt sich mit aggressiven verhalten aus grundlagen wissenschaftlicher perspektive das heißt sie möchte verstehen welches die ursachen für aggressives verhalten sind und man kann zunächst mal ganz generell sagen sie liegen in der person es gibt große individuelle unterschiede und sie liegen aber auch in der situation viele menschen verhalten sich in manchen situationen aggressiv in anderen aber nicht und es gibt auch noch eine wechselwirkung zwischen beiden bereichen also zum beispiel dass leute die sich schneller ärgern auch leichter in bestimmten situationen etwa wenn sie frustriert werden zu aggressiven verhalten neigen entwickeln sie in ihrer arbeit auch lösungen ja für die prävention ist es extrem wichtig dass die ansätze die man in die praxis überträgt evidenz basiert sind das heißt wir müssen zunächst mal die ursachen kennen für aggressives verhalten um auf dieser basis dann unsere evidenz und theorie basierten interventionen zu entwickeln und in meiner forschung haben wir zum beispiel ein evidenz basiertes programm zur vermeidung von aggressiven verhalten aufgrund des konsums von gewaltmedien entwickelt was zum einen darauf abzielte den konsum von gewaltmedien zu reduzieren aber zum anderen eben auch die mechanismen zu verstehen die dazu führen dass dann wenn man viel fiktionale gewalt sieht damit auch die schwelle für aggressives verhalten im echten leben sinkt wie zufrieden sind sie mit der zusammenarbeit in der praxis die zusammenarbeit zwischen der wissenschaft insbesondere der grundlagenwissenschaft und der praxis die könnte aus meiner sicht noch besser funktionieren vieles von dem was wir in der grundlagenwissenschaft machen bereiten wir nicht so gut auf dass wir es gleich in die praxis geben können auf der anderen seite wird in der praxis auch viel gemacht aus so einem gefühl heraus dass das eine gute idee ist ohne dass man die theoretischen grundlagen richtig durchdacht hat und was aus meiner sicht ein ganz großes problem ist viele praxis maßnahmen werden nicht vernünftig evaluiert das heißt wir wissen eigentlich gar nicht ob die intendierten ziele überhaupt erreicht werden und das ist auch nicht zu vernachlässigen wir wissen auch vielfach nicht ob wir vielleicht unintendierte negative effekte produzieren es gibt einzelne bereiche in denen dieses bewusstsein schon stark ausgeprägt ist zum beispiel programme gegen sexuellen missbrauch von kindern setzen sich mit der frage auseinander wie schafft man eine intervention die nicht gleichzeitig die kinder in angst und schrecken vor allen erwachsenen versetzt aber dieser transfer zwischen wissenschaft und praxis der könnte aus meiner sich tatsächlich noch zum nutzen aller parteien verbessert werden welche rolle spielen soziale und individuelle faktoren bei der entstehung von aggression ja soziale und individuelle faktoren spielen natürlich eine sehr große rolle die individuellen faktoren könnten zum beispiel auch genetische einflüsse sein das ist eine diskussion innerhalb der forschung wie stark wird werden unterschiede im aggressiven verhalten durch die gene erklärt die antwort ist leider sehr kompliziert und auch keineswegs eindeutig das kommt immer darauf an welche form von verhalten man sich anschaut und natürlich gibt es eben auch viele situative oder umweltbedingte einflussfaktoren die dann zu unterschieden führen zum beispiel eben gewalthaltiges erziehungsverhalten in der familie oder auch wie wir es eben untersucht haben der einfluss von mediengewalt und natürlich auch einflussfaktoren wie alkoholkonsum oder soziale ausgrenzung welche präventiven ansätze haben sich als wirksam erwiesen um aggressives verhalten in der gesellschaft zu reduzieren ja ich hatte vorhin schon gesagt dass aggressives verhalten zunächst mal verstanden werden muss in seinen ursachen damit man sinnvolle interventions maßnahmen entwickeln kann ein sehr ein beispiel an dem man das sehr gut zeigen kann ist die präventive wirkung von strafe in vielen fällen gehen wir als gesellschaft mit aggression dadurch um dass wir sie unter strafe stellen aber die forschung hat eben ganz klar gezeigt dass strafe zum einen nur unter sehr engen bedingungen wirken kann nämlich wenn die aggression nicht so stark effekt getrieben ist dass die potenziellen täter sich vorher darüber im klaren sind was ihnen für eine strafe droht das ist eine wichtige voraussetzung dann aber auch dass die strafe mit einer hohen wahrscheinlichkeit folgt und auch in einer großen zeitlichen nachbarschaft folgt und viele dieser bedingungen sind eben oft nicht gegeben und gerade wenn man jetzt so interpersonale beziehungen sich anguckt ist strafe natürlich auch ein signal dass sozusagen konflikte mit repression gelöst werden gerade im erziehungsverhalten ist es sehr viel sinnvoller konstruktive positive ansätze der konfliktlösung zu wählen als mit strafe zu agieren welche projekte hierzu funktionieren bereits gut ja erfolgreich evaluierte und erfolgreiche projekte die mir dazu gleich einfallen sind sogenannte elterntrainings es gibt einen berühmten ansatz es ist das triple p positive parenting program das ist ein programm des eltern in die lage versetzen soll ihre kinder gewaltfrei und konzentriert zu erziehen das ist ein sehr gut mittlerweile auch wissenschaftlich begleitetes und evaluiertes programm und es zeigt auch durchaus positive effekte und es zeigt aber auch dass es nur funktionieren kann wenn eltern einen zum einen einsicht in ihr eigenes erziehungsverhalten haben und auch einsicht in den änderungsbedarf das ist also kein programm dass man von oben oder von außen überstülpen kann sondern es setzt die kooperation voraus aber dazu haben wir schon ziemlich gute daten und das ist denke ich auch ein wichtiger ansatz wenn man sich vor augen führt wie entscheidend eben die frühe kindheit und das leben in der familie für die entwicklung oder eben vermeidung von aggressionen darstellt vielen dank für das interview in der kommenden woche schauen wir dann nochmal auf die wissenschaftliche expertise zum schwerpunktthema des diesjährigen kongresses mit einem interview mit einem gespräch mit professorin dr gina wollinger und ich sage bis zur nächsten woche bleiben sie gesund genießen sie den sommer bleiben sie zuversichtlich tschüss